Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Manuel aus Liebe zum Film. Ja, endlich ist es wieder soweit. Endlich hatte der Manuel Zeit, sich einen Baum zu kaufen, diesen zu schmücken und dann auch eines von drei Mystery-Paketen, die mich in den letzten Tagen erreicht haben, hier vor die Kamera zu schleppen. Und da wird jetzt so nach und nach immer ein Video dazu kommen. Die liegen schon ein paar Tage rum. Ich entschuldige mich dafür, aber ich hatte einfach keine Zeit, einen Baum zu kaufen und diesen zu schmücken. Wollte das aber unbedingt wieder in dieser schönen festlichen Stimmung machen. Dementsprechend starten wir jetzt mit diesem Paket hier. Ihr seht es, das habe ich vom guten Wischmaster bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Grüße gehen raus und natürlich auch alles Gute nochmal. Und von daher, danke. Mal gucken, was hier drin ist. Er ist ja immer so ein, naja, nicht kleiner Scherzkeks, eher großer Scherzkeks. Und ich bin gespannt, was er sich hat wieder einfallen lassen hier. Ich mache das Ganze hier Off-Cam ein bisschen auf, weil ich wollte unbedingt hier so die Stimmung etwas näher auch einfangen. Ja, okay. Also, hier ist das Paket. Und dann machen wir es nochmal auf. Ich bin gespannt, wenn da jetzt die neue Steelbook-Verpackung drin ist. Oha, okay. Okay, okay. Oh mein Gott. Ich habe es vermutet. Da haben wir einige Zettel. Die machen wir mal hier raus. Dann haben wir hier noch was drin. Das ist nochmal extra verpackt. So schaut das Ganze aus. Das lege ich auch mal zur Seite. Und dann, ja, hebe mal auf für das nächste Steelbook-Versenden hier. Ich gucke mal drauf, was auf dem Zettel steht. Das eine ist wahrscheinlich Lieferschein. Und das zweite ist eine Nachricht. Ein Geschenk von Wischmaster. Danke dir für alles und hoffe, es gefällt dir. Keine Ahnung, was da geliefert wird und wie. Hat er hier noch draufschreiben lassen. Auf dieser Karte. Da muss ich immer noch weggehen. So, jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Wunderbar. Und, ja, wir dürfen gespannt sein, was sich hier drin noch verbrückt. Ja, ich mach das Ganze mal. Wie haben die das denn verpackt? Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, also hier. So. Okay. Styropor. Mein Freund. Der Freund von allen Sammlern. Ja. Und dann haben wir hier. Nochmal etwas, was wir durchschneiden müssen. So. Und nochmal auf der anderen Seite. Aha. Jetzt geht es langsam auf. Also, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ich bin vorsichtig. Ah. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Jetzt verstehe ich auch die ein oder andere Anspielung hier, die er getätigt hat. Bei WhatsApp. Weil der Manuel immer gerne Bäckert. Ja. Und ein Fan von Indiana Jones ist. The Holy Grail, Dr. Jones. Kann er nochmal näher rankommen. Echt cooles Replika. Und das kann ich dann eigentlich open, wenn ich mein Zeug wieder aufgeräumt habe vom Nordoktober, zu meinen Indiana Jones Steelbooks stellen. Also, wunderbar. Herzlichen Dank, mein lieber Wishmaster. Herzlichen Dank an euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch eine kleine Freude gemacht und so ein bisschen in Stimmung gebracht. Auf Weihnachten ist ja nicht mehr lang. Eine Woche. Und dann haben wir endlich Heiligabend. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.